Tschüss Rovaniemi, du kitschiges Weihnachtsdorf! Musik 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 Den Straßenverlauf von Bukuliaventi einen Kilometer folgen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es geht gerade bei strahlend Sonnenschein über die 93 von Finnland nach Norwegen irgendwo durchs Nirgendwo. Ab und zu taucht man wen hier zwischen den Bäumen auf. Da hinter uns kommt gerade tatsächlich das allererste Auto, was heute quasi in unsere Richtung fährt. Ansonsten hatten wir das eine oder andere Autogegenbrück her. Das ist jetzt der erste, der in unsere Richtung will. Und so scheint eher gerade nicht so die Hauptkreise Richtung zu sein. Naja, wir schauen mal weiter. Auf alle Fälle ist dieses Wetter wunderschön. Es ist wirklich zum Guten, der Grün schön, wie das hier aussieht. Und einsam und wunderbar. Wir lassen uns überraschen, was noch wenig zu tun hat. Wir lassen uns überraschen, wie das hier aussieht. 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 Bis zum nächsten Mal.